Ja, bin ich. Bist du live? Jetzt gleich. Besser so. So, was wollte ich jetzt machen? Sparen wir den Link in den Discord rein. Nein, nicht zu viel. Doch. Warte mal. Kurz auf den Zauberstift klähen. Warum kann ich da nicht? Lass mich doch da drauf drücken. Was ist bei dir von mir, Junge? Ah, Junge. Kanalträder für Nutzer, die deinen Kanal noch nicht abonniert haben. Zufügen. Videos auswählen. Achso, ich kann meinen eigenen Stream zum Beispiel wählen. Ah, wie nice. So, was hat mich da? Den mit dem meisten aufrufen. 5K in jedem. Nein, ich nehme das nicht, Digga. Branding, allgemeine Infos. Hä, warum kann ich denn hier zum Beispiel wieder nicht ändern, dass ich meine... Warum ich jetzt nicht meine Abonnenten mehr sehen kann? Bin recht weiter am Platz, Adelie. Das kommt keiner rein. Zeig mal. Da auch einer. Massimo, willkommen. Im Stream. Moin, NdWG. Moin, NdWG. Moin, moin. So, wer alles am Start ist, ist ein Ehrenmann. Heute wird gegönnt. Moin, NdWG. Moin, NdWG. Moin, NdWG. Von NdWG. Moin, NdWG. Heilsturm. Sag mal, dass alle ein bisschen spam sollen, Digga. Jeder, der spamt, kriegt 5 Kamerze mehr. Spaß. Hast du LALALA, Junge? Du. Erst kurz den Joghurt. Hast du deinen Stream jetzt an? Nein, noch nicht. Oh. Man hasst es immer, du Hackepeter. Ja, Junge, ich esse keinen Joghurt. Also hast du deinen Abonnenten ausgestellt? Ja, weil es kann. Hab ich dir schon gesagt, ich würde es auch stellen, weil es besser aussieht. Keine Ahnung, ich bin irgendwie cooler, Junge. Jetzt fühle ich mich auch cool, so wie du. Nenn ich was. Hä? Das hast du jetzt nur beim Bro-Hit gemacht. Ja, trotzdem fühle ich mich jetzt auch cool, wie du. Wieso? Keine Ahnung, weil vielleicht die Leute denken, dass ich ein 1000 Abonnenten habe. Achso, ja. Logisch. Na, wann starten wir denn jetzt mal hier, du Sau, du? Sau, ich starten gleich rein, die Leute soll ein bisschen Geduld haben. Also, einen Kanal-Trailer sehe ich noch nicht bei dir. Ja, ich hab auch keinen rein gemacht, Digga, das mach ich nicht. Das muss da, das ist so ein, äh, so ein Video. Also, du musst erst mal so ein Video machen. Geht der Code? Bitte sag, dass er geht. Sonst rass ich aus. Mach schon mal bereut. Auf jeden Fall erstmal... Bist du auch privat? Du bist Anführer. Ja, ich weiß. So, wenn der Code geht, dann gehe ich jetzt auch live. Ja, Code ist 1234. Digga, simpler geht's dann wohl nicht. Modus Duo, Code ist 1234. Dominik, schreib mir mal in deinen Chat rein. Kannst du dir dann auch gleich bei mir in den Chat reinschreiben, wenn ich live bin? Was, was ist Code? 1, 2, 3, 4. Modus Duo. Nachher kommt auch Team. Oder Trio. Äh, ich denke mal Team ist am besten. Weil dann, äh, weil die meisten sind halt so Squad, dann nimmt jeder halt 25k mit. Ist ja auch nice. Oder ihr seid halt nur zu zwei, dann kriegt jeder 50k. Mega. Hauptsache, ihr habt kein Anonym drin. Anonym ist ganz schlecht. Bei Wiederholung schauen wir nicht rein. Weil wenn er anonym ist, einer davon nicht anonym ist, schreiben wir nur den auf, der nicht anonym ist. Der kriegt dann halt die ganzen 100 Comments. Mhm. L-E-B-J-R, wir starten eh noch nicht. Wir warten noch ein bisschen. Dann hast du denn mal deinen Streamer und... Hab ich doch. Die Server-Binning wurde unterbrochen, Digga. Mir ist sie nicht rein. Äh, links. Lauf. Ja, mein Game, äh, mein Server-Binning wurde unterbrochen. Stand da. Daniel und Alec. Ah, warte, ich probier's nochmal direkt. Wer ist Daniel und Alec? Könnte ich nicht. Sorry. Keine Ahnung. Jetzt hab ich elf Zuschauer. Tschüss, schau auf einmal so viele Leute da. Aber Code ist, äh, 1, 2, 3, 4. Ja, bei den K-Proben auch kein Wunder. Firefly, mein... Ey, danke für die Sachen, ich kann ihn auch verhalten. Ja, das sind Out... Das war... Nein, Dominik, äh, Firefly. Firefly, das sind die Sachen von, äh, Out-Uns-Anteil. Das sind meine, die brauch ich aber auch wieder. Die brauch ich aber auch wieder, Firefly, deswegen. Also, Firefly, du wirst auch, äh, dafür wirst du ja schon deine bestimmten Sachen bekommen. Wie kann man denn die Metze bekommen? Äh, ja, ganz einfach, du gewinnst ne Runde. Mit deinem Squad. Ja. Wir machen jetzt erstmal drei Aufwärmrunden, damit wir mehr Leute haben, so. Und halt einspielen und so, siehst du das? Ja. Ist ja logisch, dass wir jetzt nicht mit sieben Leuten schon die erste Runde 100.000, erste Runde direkt 100.000 Metze gewinnen ist, dann wäre ja viel zu leicht. X, ey, eine Frage, kann ich mitspielen? Naja, gib den Code ein und drück bereit. Firefly. Ey, Digga, Übertragung wird schon wieder beendet, Digga, was ist das? Ja, einfach schlechtes Internet, sagst du das? Ja, das liegt aber doch nicht am Internet, sonst würde ich... Legg ich? Nee. Vielleicht ist dein Upload, äh, so kacke. Kann ja auch sein. Digga, ich probiere es noch einmal, ich schwöre gar nicht, sonst habe ich keinen Bock mehr. Ja, wenn wir Team machen, ja, aber Firefly, das wäre ja dumm, du kannst ja 100k Metz gewinnen, wenn du gewinnst. Wenn du in unserer Lobby bist, dann kannst du keine mehr gewinnen. Ich wundere, ich spamme jetzt ein bisschen in den Chat rein. Ansage des Streams wird auch gleich wieder abgebrochen. So, ich muss jetzt die zwei angefangenen Streams, die wieder unterbrochen wurden, löschen. Werden die hochgeladen. Da kam noch nicht mal die Glocke, die wurden dann nicht mal gestartet. Doch, die sind da. Ja, wenn wir Team machen, kannst du in die Lobby kommen. Weiß ja nicht, wie lange das hier läuft. Wenn wir nur so 10 sind, dann bockt das halt so nicht, würde ich sagen. Sollen ja schon so mindestens 30 Leute sein. Das ist kein Skincore, das ist ja Customs, Customs. Ja, deutlich. Digga, was ist das denn jetzt für eine Kacke, Digga? Ich hab nichts gemacht. So, warte kurz. Sony, bla bla bla, akzeptieren. Ja, was hast du denn wieder gemacht, ey? Ich hab doch gar nichts gemacht, Digga. Damit können wir dieses Mal nicht dienen. Hä? Dieser Fehlercode konnte nicht gefunden werden. Support. Ja, echt 100k. Support. Aber wir machen erst 100k. Äh, kannst du die machen? Und wenn ich auch live gehen kann. Nächste Runde können wir Teams machen. Wenn ich live bin. Und, äh, wie gesagt, wir machen erst mal drei Aufwärmrunden, damit wir ein paar mehr Leute sind. Ja, für jeden Win gibt's 100k. Aber erst drei Aufwärmrunden. Wenn die absolviert sind, dann machen wir es. Scheiße. Dann geht's richtig los. Ordnett, Lennart, wir machen ohne Thema. Wir machen keins gegen Contest. Wir fighten. Auf der ganzen Karte. Du hast abgebrochen, du Schwuchtel. Digga. Junge. Ja, hab ich? Was passiert? Gib mir Gruppenatmen, Alter. Du hast es nicht bereit gemacht. Ey, Junge. Jetzt können die nochmal alle neu bereit drücken wegen dir. Danke dafür. Ja, dann kannst du jetzt auch Team machen, weil die wollten ja Teams. Hey, warum wollen die Teams machen? Ist doch egal. Machen wir auffüllen oder dann nicht auffüllen? Nicht auffüllen. Okay, dann machen wir erstmal nicht auffüllen. So, ich muss jetzt gucken, ob ich das reagieren kann. Wir machen erstmal nicht auffüllen, er macht auffüllen. Wie lost kann man sein. Welcher Code? Hey, ja, nicht auffüllen, ausgewählt. Code. Wieder 1, 2, 3, 4, genau der gleiche. Okay, wieder Code, 1, 2, 3, 4. Könnt euch beim Auton bedanken, dass er nicht bereit gedrückt hat. Oh, Schnauze. Fängt ja gut an. Ja, find ich auch. Affen Army. Fängt aber noch besser an, wenn ich mal online gehen kann, Digga. Ja, das wär immer besser, ne? Nee, Digga, was ist das, Digga? Ich will einfach nur ganz normal streamen. Und der stream wird dreimal abgebrochen, Digga. Dreimal. Lad einen Firefly, ich wollte ihn gerade einladen. Nur du warst RDW, Digga, du Honk. RDW, Digga. Fortnite, RDW. Nein, ohne Firefly. Nächste Runde, wenn. Vorne rette die, wenn, live. Ja, nächste Runde. Erstmal streamen wir alleine. Ja, komm, ich tritt mal bei. Kaffa. Fortnite. Die Wehra muss werden. Ich brach hier alles ab, um in seine Logi zu kommen. Oh mein Gott, Firefly. Geh, Spaß. Tschüss. Feuerfly, Digga. Firefly, Gib, äh, Gib, äh, Gib, äh, Gib, äh, Gib, durchgespielt, Digga. Ja, warum machen so viele Leute mit, Digga? Was ist das denn? Wie viele sind bei dem Stream? dann nicht ja macht das kommt nein nee digga darf ich bitte in die lobby effekt nein das nicht weil ich bin custom games belastend ja 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 ich weiß nicht schlimm bestanden noch nicht kommand es ja schnell wieder reinkommen kult ist eins zwei drei vier es gibt drei aufwärmrunden ist sogar extra angepinnt Der richtige Babo, Digga. Digga, so ein Babo wie Ex-Babo King, Digga. So ein Babo meinst du? Ex-Babo King? Wer war das nochmal? Keine Ahnung. Ein Abonnent von dir, glaube ich. Oder von mir. Weiß ich nicht. Von irgendeinem. Ach, das stimmt. Ach so. Hast du jetzt mal deinen Sliwan gemacht? Ja, Junge, der wurde schon wieder abgebrochen. Das vierte Mal jetzt. Ich hätte das fünfte Mal, Junge. Ach man, jetzt fällt sogar mein Joghurt noch auf den Boden. Schon wieder. Ist auch Verwendung gut und da brauchen wir, Digga. Ich würde, nee, ich könnte kotzen, Digga. Wirklich, so eine Scheiße gibt es auch nicht, Alter. Da wurde ich gebannt, Digga, weil ich das reingeschrieben habe. Ja, du wurdest, Digga, du wurdest richtig fett gestrikt, Alter. Du wurdest in Deutschland gestrikt. Junge, du hast wieder beendet. Ja. Ja, ich hab doch gesagt, ich... Ich mein, kurz wieder neu starten. Ey, gib mir ein... Du rum anführende Fotze. Wenn du alleine schimmst, Junge. Hast du doch! Junge, Alter, ey. Die haben gleich keinen Bock mehr wegen dir. Ich schwör, die warten so ultra lange und dann gehen die jetzt wegen dir wieder. Was? Warte, jetzt kann auch dieser Kickball trainen. Wo ist der denn? Schon wieder aufhören gegangen, oder was? Nein, ich bitte Butter-Börne, Digga. Ich benutze auch mobile Daten. Ja, wie gestern, Alter. 30 Giga, Alter, verbraucht. Hallo? Chili, Digga. Chili. Chili. Chili-Schute. Benutz auch mobile Daten, ist auch furcht. Na ja, wer wär's mal, wie dumm dieser Typ hier eigentlich ist. Guck mal, jetzt gehen die wegen dir laut und danke, Alter. Typisch Gay Station, Alter. Kann wieder nichts. Ja, dann bekommt er keine Messe, Junge, juckt mich nicht. Digga, ey, mach bereit, Alter. Ich starte jetzt direkt, Alter. Ey, warum starten sie dann direkt? Hat das Code drin? Ja, okay. Ne, ich, ich, äh, geb den einen Minus noch mal Zeit, Alter, und dann starten wir direkt die Runde, Alter. Ja, ich hab keinen Bock, wieder zu lang zu warten, bis die Gammel-Space-Station von Autum mal hinkriegt, überhaupt was zu machen. Genau, deswegen bin ich jetzt auf PC gezwitscht. Oh mein Gott, Feierfell, du Glatzkopf. Schnauze. Ja, Feierfell, Spaghetti, Junge, das ist jetzt so von mir, hä? Du kleiner Pisa. Ja. Du kleiner Pisa, hä? Ich stelle den Typ mir an. Dieser Fluffy wird dich auseinandernehmen. Ey, lass alle Gaf-Skins spielen. Der springt einmal auf dich, du bist weg. Oh, Junge, guck mal, guck mal, wie arm du bist, Digga. Oh, ey, ist so. Er haut da ein Würstchen kaufen, den Würstchen-Skin, aber nicht mal Gaf haben, Digga. Den hab ich mir geschenkt. Den hab ich mir geschenkt von meinem anderen Account. Trotzdem. Trotzdem, Digga, ein Würstchen-Skin zu haben, Digga. Aber nicht Gaf-Skin, Digga, das ist, das ist eine Beleidigung, Digga. Ich hab keinen Bock auf den anderen, Joa. Ich hab auch keinen Bock auf dich, Alter. Ja, aber ich hab auch keinen Bock auf diesen Rabbids-Auto mehr. Keiner. Wenn der gewinnt, Digga, der kriegt gar keine Mess. Juckt mich nicht, Digga. Wirklich, du kriegst null, Digga. Verständlich lieber. Fortnite, der kriegt nichts von mir mehr. Jetzt, Autum, Autum würdest du den S&T-Powell? Meinst du, dass ich keine bekommen? Ich geb den nicht, Alter. Ich hab keinen Bock auf den. Ja, dann soll er rausgehen, Digga. Nein. Guck mal. Bitte, geh einfach raus. Wenn er gewinnt, kriegt er von mir die Mess. Dann machst du halt, gibst du einen anderen die Mess. Digga, wer bekommt, wer soll denn die Mess bekommen? Dann machen wir eine Runde weniger. Ich geb den Typen keine Mess. Hat er sich nie verdient. Jeder, der Fortnite-Länder tötet, in Kassel im Game fließt nochmal 20k obendrauf von mir. Und wie toxic ist dieser Alter? Endlich mal. Endlich mal geht es, Digga. Göttlich. So, Jan, ja, jetzt geht es. Endlich, Digga. Ja, endlich hast du auch mal geschafft. Bin ich toxic, Digga? Das ist einfach ehrenlos, Junge. Das war eh erst gemacht, Digga. Guck mal, wir machen sowas, Digga. Wir verschenken richtig viele Mets, Digga. Und dann kommt einfach so jemand rein und schreibt einfach, ich hab keinen Bock auf den. Oh, nee, da ist Brutalo drinne bei dir. Spaß. Autum. Ja, Autum ist bescheuert, ich weiß. Ja, Brutalo, willst du mir vielleicht mal erklären, warum ich jetzt auf eurem Discord gebannt wurde, Digga? Schnauze stummschalten. Und dank Autum haben wir jetzt schon 30 Minuten hier in der Lobby verbracht. Start doch einfach. 13 Leute. Ja, ich start jetzt, Jungs. Ist eh die Aufwärmrunde. Ist nicht so schlimm, wenn ihr jetzt nicht dran seid. Schnauze. Ah. Ja. Ich hoffe, du meinst nicht mit. Ich halte mich da raus aus dem Thema mit Autum-Spun-Geschichte. Komm. So werde ich dich da krötschen, Digga. Wir haben irgendjemanden im Team. Astras. Ja, das ist mein Name. War mein Spielkanal? Wer nimmt sich der Autum jetzt mal, dass ich ihn in den Sturm schalten kann? Das ist weg. Er ist noch raus. Okay. Hey, das hier nicht mal, das hier nicht mal spielt. SM2. Du kannst ja einfach deinem Freund die Mets schenken, wenn du willst. Oder so. Oder irgendwo. Ja, aber Luis, die Mets brauchst du doch nicht mehr, oder? Doch, die brauch ich noch. Ja, brauchst du nicht. Nice. Ehre fürsitzende Likes. Tschüss, du hast jetzt schon 17 Likes, Alter. Was ist denn bei dir los? Eh, was? Morgens sehen wir aber 10k Mets daneben. Oder? Oder 20k. Weiß ich noch nicht. Nein, nicht 20k, Alter. So viel und nicht. Oder? Das hast du doch vorgeschlagen. Du hast, du hast, du hast okay gesagt, aber egal. 10k. Wo landen wir? Wir landen im Plassenpark. Okay, gut. Dann hätten wir, glaube ich, ein bisschen früher ausspringen sollen, oder? Nein. Wir können landen, wo ihr wollt, übrigens. Das ist euch überlassen. Krieg ich dann trotzdem jetzt. Äh, wir machen, äh, wir machen hier gerade Aufwärmrunde. Wir sehen. Gerade Aufwärmrunde. Also drei Stück gibt es. Äh, gibt es noch bei diesem einen Ort mit den Raketen davor? Äh, 1, 2, 3, 4, glaube ich. Du meinst hier, oder? Beim Staudamm. Staudamm? Ja, hier. Äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hast du da oben? Ich würde dann sagen, wir ohne Raketen wäre. Ach, der ist Kacke. Achso, das ist er in unserem Team hier. Oh, ich höre mir, äh, diese eine speziellen Chest hier. Oh, Gott, das ist schade. Ja, die ist da. Die ist da. Hä, die ist doch bei mir in dem Haus. Ach, ne. Ja, die habe ich doch. Ne, ne, ich bin an der Haus. Die ganze bin ich bei ihm genannt. Äh, äh. Ja, da ist ne Drecks P90. Digga, bei mir ist direkt ein Gegner. Einfach. Keine Waffe. Ich bin sowas von dead. Ich gehe nicht weg, sie gleich ins Kinter, damit kann man nicht spielen. Der ist zu breit. Nein, der tötet mich. Hilf mir. Friesi hat gesießt, nein. Ehrlos. Ja, aber der wird gleich so oder so sterben, oder so. Nein, weil, bei Aufheimbrunnen ist egal. Was ist denn der? Ey, der läuft jetzt lang, der ist schon hier. Ich bin einfach nur ein Scheiß Medikit, Alter. Ist doch was. Kannst du damit behoffen? Ich hab voll viel Verzögerung extra rein gemacht. ich glaube das liegt doch daran weil wir dort markiert haben und ich das gesagt habe oder? ja ey der Protossack ist tief Junge Firefly ist Brayton jetzt voll neid ich auch Firefly der Tassaturspieler hier ich hab Xbox-Centroller an das sehen auch so kacke ja ach nee muss ich erst mal an den dran gewöhnen Gott was sehen wir hier für'n Gameplay alter zum anderen Team Digga bleibt mich doch nicht ich hab keine Munition Digga als wenn ihr ihn nicht kriegt alter wie scheiße seid ihr denn ja mit nur einem Revolver jemanden zu töten alter ist schwer Junge du hast sogar Außerheer Junge ja und trotzdem Digga Revolver ist Müllwaffe ey diese Kanone da die du hast und die ist voll OP damit kannst du erstens Gegner sehen und zweitens die macht halt auffällig ja diese Feuerkanone da ach die hier ach ja die kenne dich Läufpistole ja das meine ich die ist voll stark Läufpistole ja die ist ja süchtig schaden halt das ist wie Nagelfahren nur nur schwächer na Nagelfahr bei der Nagelfahr siehst du nicht ey du kannst nicht am Bus noch heilen naja war es glaubst du was ich mache so Erinnerst du mir warum guckst du in den air auf nicht im Gro 맛있어요 umsohn s der war der war ne das er free sie das er der war für uns er war's schon geschehen dass er das ist mal äh das wird man ist man besser weg laufen kann ich ja nicht so schlecht ist er woher kommen diese Schüsse aus er von dort oben da kommt ein Team zu uns vorgegangen ist wie es mehr oder was er hier bin ich ja wenn wir sind wir hätten es gehen können dass er es steht er hat sich am Junge die ganze Zeit am Junge wenn er das gespielt hat keine Ahnung was von uns gekommen ist als Regen von uns aus dem Herbst noch nicht dafür da das war sympathisch und dieser Skinn ist so ekelhaft bei mir explodiert alles Digga Junge die gehen ja nur auf mich alter ja gut so du bist unser Tank sehr lustig Digga ich zeige ich nochmal wo die Gegner sind danke oh Junge komm wir machen nicht die Shisha war Junge wir machen hier alles zum explodieren komm und mach bumm ich hab 2 von 3 ich dachte das war der Dings ich hab 2 von 3 Joke 2 von 3 Joke ich hab 2 von 3 Joke ich hab 2 von 3 Joke ich hab bei meinem Haus liegt auch noch ein Flammbogen ja scheint so aber wohl da ich war Schild kommt uns alle Streamshilben Digga kommt das ist so dumm dass die uns Streamshilben kommen wenn die sowieso sterben werden Ja, und das ist ja aufwärmrunde. Oh, die ist ja aufwärmrunde. Jure, was mit dem Auto passiert? Tschüss! Aber auch den lostesten Kindern, Digga. Hey, sind da noch Steps? Nein! Doch, da oben. Hier ist noch einer! Ach so, da? Oh fuck, ich hab mich selbst geklötet mit dem Ding. Haha, da hast du gekillt. Ey, ich verbrennen gerade, ich verbrennen gerade. Ich hab noch schon... Scheiße. Schnellwerk hier! Kommt noch mehr, Alter. Von wo kommt das Auto, Digga? Das ist einfach ein Spawns. Aua! Firefly, ich bin gleich tot! Die schießen... Ich bin halt wirklich wortwörtlich Tank, Digga. Die schießen alle nur auf mich, Digga. Die mögen die nicht. Weil du die ganze Zeit abgebrochen hast. Ja, war alles extra, Jungs. War alles extra. Ah, Jungs, hier brennt alles. Ja, ist egal. Ich wollte eigentlich sagen, geh nicht ins Haus rein, aber ich bin selber ins Haus reingegangen. Ich bin absolut der schlechteste Spieler am Team, finde ich. Digga, ich brauch noch ne Pumpkan, Digga, ich brauch ne Pumpkan. Irgendwie bin ich irgendwie der beste Papa. Irgendwie bin ich irgendwie der beste Papa. Ich treff auch gar nichts, Digga. Oh, du Scheiße. Oh, die haben nen RPG. Oh, der ekenhafter. Ey, hier brennt alles. Lauf, lauf, lauf rein, lauf rein. Wir sind tot, wir sind tot. Warum brennt denn hier auch alles, Digga? Wer macht hier so Shisha, Digga? Scheiße, Digga. Hallo. Das ist Sturmgefall, das ist Sturmgefall, das ist Sturmgefall, Digga. Ah, die haben gewonnen. Hä? Schon gewonnen, Digga? Hä? Das waren noch neun Leute noch. Hä, ich zwenn, Digga? Hä, nein, Digga, das war noch nie ein Leben zu wenige. Doch, wir waren nur 13 Leute. Ah, Digga. Davon haben wir 23. Um 21 Uhr. Wir haben alle geholt, außer dieses Team. Um 21 Uhr. Ja, um 21 Uhr können wir nicht ziehen, weil da Autum offen muss. Was um 21 Uhr? Moin, Mr.DW. Was wollen die um 21 Uhr machen? Ja, dass wir das auch passieren. Ich hab genügend Mads, wir können machen. Digga, das sind doch immer meine, Digga. Wir können einfach mal den ganzen Nightbot-Account leer machen mit Fallen und das verlost du dann. Boah, Digga, 160 Stacks oder so. Ah, erst wenn ich die 1000 Abus hab, dann mach ich das. Schiiiisch. Na, kannst du gerne machen. Dann mach ich sogar mal. Dann mach ich auch mein dritter Account. Bein Accounts mach ich dann. Bei 1000 Abus. So. Ja, wir wurden vom... Oh, ne, ich wechsle den Skin, der ist so breit. Ey, nehm auch noch, Digga. Nein, Digga, der Skin ist echt schwul, den ich spiel, Digga. Da kann man einfach nichts tun. Ja, warum spielst du den dann auch, Digga? Ja, Digga, aber... Hotdog-Army einfach, ne, Dominik? Geborene Hotdog-Army. Geborene Hotdog-Army. Geborene. Boah, hier ich in den Firefly-Skin, Digga. Sheesh. Ja, komm, Digga, ich bin troll. Das ist der Firefly-Skin. Ne. Oh. Das ist Koppelwein, ne? Beine Mann. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, Digga. Ja. Das ist Code. 1,2,3,4, ist Code. Kao, kann ich mitmachen. Ja, kannst du gerne machen. Da könnt ihr das auch unten im Chat sehen. Da 17 Leute schauen, tschüss. Ah, jetzt, jetzt ist es auch noch ein paar. Jetzt, jetzt bockt's. Nämlich tat noch nicht. Oh, und Luis hat es auch geschafft, lass zu gehen. Das hat auch gerne einen Like da. Ja, leider, Digga. Ne, Spaß. Das war aber wirklich schwerer. Das war aber wirklich schwerer. Naja, das sagt nicht am Internet. Irgendwie, ich musste, ich hab einmal kurz mit dem WLAN neu gestartet. Das hat auf einmal geklappt, Digga. Ist ja immer noch Pan, aber was. Also, du lagst doch am Internet. Bei dir. Ich bin kein Shop-Owner gerade. Weil mit dem Match müssen wir eh nochmal gucken, wieviel dir wir wiedergeben können, weil wir sind noch gerade am Plan, wieviel wir dir liefern können. Irgendwer dir? Das war so. Ein Like hat der Autum schon. Mashallah. Sheesh. Ich höre mal kurz was zu essen. Dominik, jetzt haben wir getauscht, Digga. Komm mal, du weißt das andersrum. Seid ihr aber auch gegönnt. Ey, warum hast du denn Abo-Zeit auch privat? Ja, hab ich extra gemacht. Ja, Firefly hat gedisliked. Was machst du? Soll ich nachgucken, wer gedisliked hat? Ja, mach ich jetzt. Mach doch. 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 Wie heiß. Mach doch nochmal. Mach nochmal google. Stream Elements. aber da kann ich sehen wer das abonniert hat wir sind 17 leute er kann ich dann auch mann hat jemand geklaut ja mach einfach ein code auto ist dann nein sagt einfach gleich gut macht bereit die schokobrocken sind ja Ja, wenn ich ITW-Stream habe, habe ich gut Zuschauer. Wenn ich B-R-Stream habe, habe ich schlechte Zuschauer. Nee, das verwirrt komplett, Digga. Settings. Das ist falsch. Dashboard. Dash mal ready rein, wenn ihr ready seid. 22 Leute, Digga, mach doch ready. Mach, starte. 24. Ja, 24. Hier kommen gerade noch welche rein, bestimmt. Ah, vielleicht war ich mal... Ey, ich warte doch, bis irgend so ein... Ey, was ist, wenn ich mit Freezy in die Gruppe komme? Dann kann der nicht Stream snipen. Ja, ich werde auch... Perfekt. Aber nee, der war ja Solo. Der hat ja nicht aufhören gemacht. Der kann ja gar nicht bei uns rein. Ach, schade. Dann müsste er wieder... Dann müsste er aufhören reinmachen. Ich warte doch, bis irgendjemand kommt und sich freut, dass er mit euch in der Lobby ist. Ich verstehe nicht, wie einer denn die Rechte dazu hat, zu starten. Obwohl ich vorhin den Code reingemacht hab. Macht gar keinen Sinn. Ne, wenn du den gleichen Code hast und jemand vor dir bereit macht, dann kann er starten. Sei es, wenn er jetzt zum Beispiel... Wenn wir reingegangen sind und er dann schon bereit macht, dann... Äh, dann ist es ja sein Code so gesehen. Code ausseiten. Ich starte. Jetzt starte. Ja, starte. Wo muss man landen? Ist egal. Gibt es irgendwelche Regeln? Sei kein... Sei kein... Sei kein... Nicht zu sein. Kein Raketenwerfer. Und kein anonym. Ist ja logisch. Also, ich sag mal so, wenn ihr anonym drin habt und euer Mate nicht drin... Anonym... Warte, 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 warte. Ach, Digga, ich scheiße auch, Digga. Hm. Also. Sagen wir mal so. Ihr habt einen Mate, der ist anonym. Und du bist selber nicht anonym. Dann kriegst nur du die Mate, weil er anonym drin hat. Wir schreiben nur die auf, die nicht anonym sind. Weil wir gehen nicht extra in die Wiederholung rein und gucken, wer das war. Dominik, ich nehme jetzt ein heftiges... Okay, starte. Ich nehme jetzt ein heftiges... Noch? Nee. Bitte kurz warten. Ja, okay. Wir warten noch kurz. Oh, bei dir sind die Steine auf dem Ding, Junge. Ich geh gleich kacken, wenn du nicht startest. Ich geh gleich kacken, wenn du nicht startest. Ich geh gleich kacken, wenn du nicht startest. Ich muss kacken. Ja, zu viele Infos, Digga, bitte. Hey, manche gehen raus, manche kommen wieder rein. Guck ich. Dominik, ich kann das nicht als Funtmeer nehmen. Größter 2 MB ist das. Ja, ich weiß. Ich hab das noch... Dann musst du es kleiner machen. Boah, Digga, der beleidigt dich als freche Wurst. Also, Dominik, der beleidigt dich als freche Wurst. Ja, der hat Spaß hier. Oh, und dann ist das alles kaputt. Moin, Julian, hier. Achso, ja, dann. Achso, ist das... Ah, Ute fürs Pute? Ja. Ja, doch, Messi und Kick, der im Führer. Starte doch. Nee, du musst dir so eine Rolle geben, der heißt Mobber. Mobber. Der Mobber. Er mobbt die Leute. Ja, man kann überall landen. Nein, Gucko, wie gesagt, überall. Ja, ich kann was da reinsteigen. Wirklich, Digga, ich hab einfach kein Casting Games misstrieben. So, durchsuchen. Eigene Bilder. Okay, wir starten. 28 Leute. Und... Aus geht's. Das ist Quatsch. Ey, das wird zu wild, Digga. Äh, wenn... Also, jetzt noch die Runde und noch eine Runde, dann sind die Aufwärmrunden vorbei. Wenn dann die vierte Runde ist, und dann so 40 Leute sind, Digga, wie die alte Einschalten im Endgame, Digga. Okay, ich geh keine Ahnung. Ja, dann muss man sagen, dass man erst ab dritte Zone sich... Nein, nein, nein. Die Mann darf... Nein, wir fighten... Die können... Nein! Nein! Okay, äh, lass mal spielen, äh, das ist an die Spiel, äh, Spielkanal. Ja, trotzdem, da kommt gleich der Startbücher, wahrscheinlich. Hoffentlich. Äh, nee, ich warte jetzt noch, ich warte jetzt noch, ich warte erst noch, bis er angezeigt wird. Wow. Na was? Ey, wenn irgendjemand bei mir im Chat ist, der PC ist, dann soll er reinschauen, dann gibt's dir kurz Motto, und dann soll er bitte rein spammen. Hm, man. Ja, ja, aber bei mir, Dominik, bei mir ist, glaube ich, genau das ganze Problem, aber mir geht auch nicht locker raus. Kann mir? Kannst du auch machen, gleich. Ich kann mir gleich bedrehen. Ja, weil, hast du meine, hast du von mir Block bekommen? Ja. Ich nö. Ey, Eisbarn, das habst du ab. Fifeleit. Schau ich mal. Heinz auf? Ja. Oh, ich würd' ihm so gerne bannen, ne? Wieso? Nö, nicht so. Einfach so. Digga, äh, Dominik, jetzt kannst du doch fragen, wenn du weißt, was ich meine... Mein Willstum von meiner Eiern. Dominik, du weißt, was du jetzt fragen kannst? Ist das ne Aufwärmerrunde, oder? Ja, das noch. Wo landen wir? Wie gut, ich mach kurz den Black Screen noch frischgestellt. Scheiße, jetzt hab ich das gesagt. Weißegal. Nein, Digga, wir landen dann nicht, Alter. Warte, ich mach kurz Black Screen. Äh, warte. Okay, Black Screen. Ähm. Warte. Ich hab kurz Black Screen gemacht, damit die nicht Stream snipen können. Obwohl es ne Aufwärmrunde ist. Guck mal, ne? Steam... Wenn man Stream snipet... Und dann noch verkackt, dann hat man doch gar... Dann ist man doch gar nicht eingespielt, wenn es richtig losgeht. Das macht... Das ist ja dafür da, damit ihr eingespielt seid. Damit ihr eingestellt seid auf die Gegner, die ihr hier jetzt habt. Nichts... Ja, wow, ich hab ein SMD. Ey, der Spielkanal. Lass... Lass Spielkanal gehen. Dann nicht. Was? Da redet nicht. Ah, Fjall, Fjall, Fjall. Ne, ich hab dem... Ich hab was im Mund. Aber was Schlimmes? Ja, es ist schlimm, wenn du nicht redest. Ähm, hier ist ein Schufler... Hier ist der Schufler Schrotflinte. Kann jemand... Also kann's reden, muss aber nicht. Doch, er muss... Nein, das ist okay, Schufler. Du bist einfach Fjall, Fjall, most... Nein. Der ist nicht aggressiv. Stummte. Nein, wenn ich nicht. Der beißt dich sonst Ich hab Blackstream gemacht, damit wir keine Swing-Snipe haben Direkt einfach 6 Leute tot Ja sogar 7 Coral Djar Der spielt wahrscheinlich mit Butalo Wenn Butalo mitspielt Das ist die Djar Der Mod von Tysia Von Tysia? Oh Natürlich Oh, Blow-Tech Bei mich jemand Tönt ihn doch, das ist doch so easy Hä, warum brennt das bei mir, Digga? Die ist doch niemand Doch, dann reicht Aber das brennt bei mir halt Deswegen dachte ich, dass das bei mir jemand ist Doch, das ist wirklich jemand Jemand hat irgendwo geschossen Oder hast du geschossen? Nee, hast du grad ein Glas mit Glühwein geworfen? Nö, Leuchtpistole Nein Dominik hast du nicht Doch, ich hab drei Stück geworfen Aber das kam ein bisschen später an Jajaja Also ich hab welche geworfen Nachdem du was gesagt hattest Kann man auch im Stream gucken Aber Nee, kein Wurf Boah, die sind safe, geilo Boah, die haben ja auch Verzögerungsgründe, das ist gut Da oben ist auch ein Gegner Ja, da oben ist auch ein Gegner Nein, ich hab extra reingem- äh, ich hab extra Das war extra gepflanzt, ja Kann man nicht bestimmen bei der P-Rechte Hier sind Mingels Auch, ich kann alles bestimmen Der 20 Der 20 Und da oben fliegt noch einer von denen Hallo Ey Dominik, wollen wir tauschen? Hm? Kann ich die haben und du gehst auch für die AR? Weil ich bin mit der extrem gut Was ist das? Nein, Digga, Pisti Diese Ultragöke Welche? Da würde mir dieses Strottgewerke geben Ja, was, Junge? Am besten noch ein Grau Gerne Kann ich gerne suchen, würde ich 20 aufzunehmen Ja, ich hab ihn mal hier Hat schon passiert Oh, die sind sch... Dominik und Kirchner, er noch mal 20 aufzunehmen Oh, geil, ich hab den mit den Feier getötet Ey, das war gute Fristbute Der gesagt hat, dass er... Ey, ich wollte dich die ganze Zeit schauen wieder an Ey Dominik, der ist ja in unserem heftigen Rivals Clan Yeah Digga, Wartenloser Er schiebt einfach durch mein Feuer In unseren Rivals Clan Noch schlechter geht es nö Äh, ich meine, in unserem G... Star of War, das ist das Gute Fristbute Und äh, Mr. EDW Tox ist gesund, natürlich Ah, was ist ein Toxic, der ja Toxin, nicht Toxic Toxin, einfach nur wegen dem Scanner Hä, wieso ist das eine Krone? Oh, fuck Ah, ja, hier ist... Bei mir ist der Boss Toxin, du bist unser Tag Ah, du hast Feezy gekillt Guck der dir zu, guck der dir zu Ja Mach Tag DL Nö, ich wein Doch, mach, mach, mach Ähm, hier ist ein Biggie Hast du? Nö, ich mach Nose Condance Ich hab Tag DL, aber Nose Condance Warte, wo hab ich das? Warte, wo hab ich das? Und es schockt mir nichts dazu Äh, GNT, äh, noch die Runde und dann noch eine Runde, da sind die Aufwärmbrunnen vorbei Wir haben erstmal die Aufwärmbrunnen gemacht, damit wir mehr Leute haben Könnt' ich ja noch Freunde einladen Dominik, komm kurz, äh, komm kurz, komm Kanal Komm kurz, komm Kanal Du hast ja gesagt, ich soll dir Bescheid sagen, wenn ich team 1 Wenn du die Zuschauer haben, oder, Bro, hat du die Zuschauer, oder? Ich hab Zuschauer Ich mach mit, wenn ich auch ein 100.000 net Ja, äh, wenn Warte, ich mach mit Ich füge mit, Digga, wenn ich auch ein 100.000 net Wenn ich auch ein 100.000 net bekomme, wenn wir eine Runde werden Ne, wir machen hier 3,0 Also 300 kann mitzumachen, wir Was denn da schön Schmutz machen Da muss ich ein Team machen Und die Leute wie mit APG, Digga, deswegen APG, Bögen, allem Möglichen, Digga Ja, hier ist verschwitzt Ey Ey, mich verfolgen diese Raptoren, Digga Boah, ich hoffe, die fressen die dir auf, Digga Können die schwimmen? Die können schwimmen, Digga Ja, die können sogar die Tür aufmachen Können alles Können alles, Digga Anton hat mich jetzt eingeladen Anton, wie geht's dir? Schießwaffe ja vielleicht Schieß es dich ein Guck ich bei Was? Hat die SGT gemeldet bei dir? Die wollen die immer noch, ne? Ey, ich setz mich einfach in ein Auto Ich bin schlau Kann jetzt nichts mehr machen Aber ich wurde auf manchen Discords gebannt, Digga Bei meinem Bruder Metz kauft und sie verkauft, Digga Deswegen wurde ich zum Beispiel auf BBRDW-Shop gebannt, Digga Oh mein Gott Ich wurde auch erst bei Keilig gebannt Ich muss nicht sagen Wegen welcher Person ich gebracht wurde Das wüsste ich schon irgendwie klarstellen Das wüsste auch die Leute, die mich gebannt haben Deswegen ist das Problem, das wird nicht so weit gerade nicht Frag mal mit einem Thema Bumm, weg mit dem 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 Founder Oh das ist white Ey komm das nice ist an dem gewehr, dass das macht nicht mehr weniger Schaden egal wie weit der weg ist Zum stunning Deal k e er wird kommt er doch in den Ort für sich und er wird verbrennen doch einmal die spielten Boden Prozent Grundeig oder wie das heißt das ohne Bau wie bei ihm aber keine Ahnung ist werden der WTF-Level die sich mit Autofen weg die Welt er hat doch gut er hat doch einmal dann haben wir schon bei Kontrollerspieler eine Chance oder ich bin auch Kontrollerspieler Ja, das ist doch gut. Ich meine, die PC spiel... Oh, was sehe ich denn da? Ey, Och, Mann! Och, Mann, Digga, das wollte ich haben. Ja, egal, das kommt uns auch jetzt. Ja, das macht eigentlich Schaden mehr. Oh, 79er, 79er da oben. Farbe ist wichtig wegen Genauigkeit. Oh, einer hat 2x36er bekommen. Ja, ne grüne AR macht auch 2 Schaden mehr. Und ne blaue AR ist auch sim viel, genauer, Dominic, oder? Oh, der ist richtig low. Ich hab ihn genockt. Ich weiß nicht, Dominic. Ich hab ihn genockt. Dann, wo ist er? Da ist er genockt. Nein, verhör ihn, verhör ihn, verhör ihn! Der ist da, der andere, da am Baum. Geht in 2 aufrunden, 2 einspielrunden, ernsthaft hier? Achso, ist schon tot, Mann, Digga. Lennacht, verhör ihn, nicht, Corey. Wie, wenn ich erst 2x2... Ey, du war... Der hat Spaß, Alter, was hast du noch? Also, jetzt die noch einen, dann machen wir ja richtig. Hey, Dominic. Hey, Dominic, die MBG. Ey, ich brauch mal, äh, ich brauch auch Munition für Bogen. Okay, dann auch rein, okay, äh, dann auch rein, äh, für heute. Ja. Achso, würdest du weitermachen? Achso, würdest du auch bei uns jetzt mitspielen? Und gewinnen? Ja, Bruder, ich will, ich will 1000 Mets haben. Ich bin von mir sogar so low. Das sind 100.000. Ja, die meine ich, ja, ich bin wahrscheinlich sogar solo dann einfach, weil ich immer 1000 Mets haben will. Ja, das, Digga, wenn du, wenn du solo gewinnst, dann kriegst du von, dann kriegst du von Glühwürmchen, also von Brault nochmal 50 Kauern drauf, Alter. Von dir, Junge? Nein, von dir. Von Firefly, ja, genau. Aber von sein eigenem Mal, habbar. Nein, da verbraucht mich, da verbrauche ich deine. Auch in Einsprüfen, wenn ich eine Einsprüche und ne So low rolle. Ja, wir können auch, wenn... Nee, guck mal, jetzt, jetzt schwitzen die ja noch nicht aber, wenn es richtig losgeht. Da kommen die richtig. Liga, volunteering. Oha, der erste Einartig. Das einzige, was du machen musst, ist einfach Browel zu tragen, ob ihr zusammen streamen wollt,觉得 ja, alles auf seinen parenting. Spaß! Auf deinen Nachham hab ich gehört. Geht der heutiger associations ist hier. Nein, Digga, ich hab nur 380k. Denkst du auch, ich soll das machen. Guck mal, ich geb noch 20k, dann kann ich das machen. Ich kann mein Discord nicht öffnen. Nein, dann hab ich nichts mehr. Ey, der verwendet den Glitch, Digga. Was für ein Glitch? Ah, der ist am Fall schon gestorben. Der ist aus dem Auto ausgestiegen und ist dann gestorben. Junge, ich kann Discord-Land nicht öffnen. Ja, okay, gut, ich hab ja nichts. Die 6 Wagners. Dann beend Discord nochmal über den Taskmanager. Digga, ja, los. Ey! Es öffnet sich ja nicht mal. Es ist ja nicht mehr geöffnet. Es ist nicht geöffnet. Achso. Es ist ja nicht geöffnet, die Scheiße. Oh mein Gott, Digga. Wir werden aus der Zone gelasert. Ja, Jungs, ich geh dann glaube ich mal raus. Ja, aus der Zone. So, über euch. Deswegen lasse ich aber auch nicht. Öffnen ist das Problem. Die haben es aber von Zapf gesehen. Was ist das denn? Hä? War ja vielleicht verbrennlich. Ey, Buda Bella, kannst du... Boah, das hat eine 1-Up. Carlos, kannst du mir gefallen und uns direkt loslegen. Ich hab keinen Bock jetzt Einspiel-Runden zu machen. 30 GP zielt. Ja, eine nur noch. Nach der. Och, komm schon. Und... Hä, du kannst ja auch... Ja, das regeln so. Von außen. Hä? Du hast gesagt mit 1-Spiel-Runden, Digga. Nicht ich. Und der Typ da hinten ist halt 1-Up. Er hat... Er hat irgendeine Bogen-Runde, Digga. Ich hab noch nicht. Junge, ich will loslegen. Warum... Ja, okay, haut rein, Junge. Weil ich... Ich möchte Mets haben. Deshalb. Ja, oder wenn du mit uns mit spielst und wenn wir gewinnen, kannst du ja die Mets haben. Ey, sind Gegner. Nein. Ich wollte immer umbringen lassen. Ah, nein. Ich spiel' ja grad sogar mit. Ja, gerade, aber gleich nicht. Sagt wer? Also, ich halt mit spiel. Nee, ich spiel' so lange mit, wie es wir tot sind. Ah, ich... Ich... Alle spielen Solo. Das ist halt der Fehler. Weil Solo wird man kaum ne Chance haben. Ah, ich spiel' so lange mit und wenn ihr selber gewinnt, krieg' ich ja nie mit. Genau. Aber die Runde zählt... Also, die Runde zählt dann auch, ne? Also... Du kannst halt auch... Oder dann spiel' ich natürlich mit euch. Du kannst mir auch ein bisschen was zurückgeben. Dann, äh, schwitzen wir extra. Na, Schoß. Ey, das ist Goku, das ist Goku! Ja. Ey, wer den tötet, der geht jetzt von mir. Extra, das ist Goku. Also, dann geht mal oben, Moni. Oh, den da. Wo ist der? Der, 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 wo ist der? Oder nicht wie der? Wer ist der? Wie der? Der, was ist der ? Den? Oder, wie der? Das ist das, wenn da sind... kannst du ja auch auf deiner konzern reifen mache ich auch weil dann verbraucht der pc auch nicht so viel leistung ich habe einen guten pc dass wir essen ich habe keine feine mani ich war nicht nur eines ging kommen das heißt auch dass ich den Punkt ich werde kann auch ein die Städter der Gegner sofort nein das Haus verknüpft ich bin der Glück und größten wenn was geht der Gabel an wenn es okay neben den Wechsel an ich muss nicht in combat rein treffen ich hoffe ich kann das nicht so gut das ist die kacke jungs ich bin abbrech ich bin abbrech aber nein ich hab's von überall genommen wo fliege ich denn jetzt hin also ich frage mich ehrlich wie ich die ganze zeit überleben irgendjemand hat mich mit dem bogen aufgeschossen deswegen habe ich jetzt überlebt weil er mich mit dem bogen weggeschossen hat wo es antun ach so ja ich kann den stream nicht lesen wenn ich gerade feite morgens stream ich ja wir streamen morgens den kam jetzt an jedem drüber wo da mach find ich auch dabei wo bist du partner ja nirgendwo wo hast du so viele maps wir kaufen die als ob du so hobbylos bist und die tauchen mit geld ja ich würde dir mal z dafür ausgeben ich halte wie maps ja 20 euro sind noch nicht hier ja aber trotzdem dann gehst du wahrscheinlich nehmen wir rein und öffnen auf denen oder was weg ja das mache ich wenn ich den mr rdw wieder maps bringe mr rdw ja der ist mein partner also ich sammle immer so am tag 100k maps dem bringe ich das an dann kann er damit ziehen ich sammle das immer ich kraft das zusammen oh mein gott wurde ich weggelebt von ice corner auto heimlich ich habe keinen maps der gar nicht so egal ich bin ja kaum heil und leid du holst hast du ey siehst du da neben uns sind ich habe typen der da schießt wenn ich darf gewinnen dann kriege ich auch schon die med von mir an wenn ich das alter hier ist die schlechteste poste hätte ich hätte ich ein bisschen bogen muni könnten wir uns jetzt alle verpissen hier mit den schocken bogen ich habe meine muni bekommen ich verkenne mich jetzt hier unten ja komm zu mir ich habe bogen munition nee ist zu gefährlich dann komme ich halt zu dir machen wir morgen noch customs auto ach auto ist im spielkanal schieß schieß weil er hat das glaube ich schieß doch ich hatte gerade 3er fehlen boah digga stabil ich dachte du gehst du du wollen ich hab jetzt muss sowas haben ich bedanke dass mich auch hier ich bin jetzt hier unten in so einer hütte drin oh mein gott hier ist eine kiste bitte heilung bitte heilung ne das wäre doch keine nice one ey deine mit sind wichtig glaube ich hat er was ein hap ich hab ein hap ach das ist der drecks bot digga ich hab den bot angegriffen voll glücklich ey infanterieautom wenn du raus oh ich hab keine metz das ist der der die ganze mit seinem schocker flogen ja das ist goku ja das ist goku der will auf finish gehen ja hund digga goku du keck ey ich bin wie der anderen kanal bei toxi doch mal ich wollte ihn unbedingt mit dem bogen kühlen dominik digga einfach der wahre profi digga junge ich wollte ihn in die zone schleudern frage einfach er hat sehr viel gebracht ne mit firefly als gesagt hätte er hätte ohhhh lets go wir haben gewonnen ja easy gekleppt digga digga shit down digga shit down digga shit down goku schreibt nein ja besser so goku ne finde ich auch gut dass du gewonnen hast so firefly kannst du jetzt von mir kurz rein spamm äh rein spamm mhm bitte also wer von mir gekleppt ne kriegt dafür auch schon nie metz aber du war ja du weißt ja nicht so ne kann es ja trotzdem was anderes team zu sagen äh okay wir machen wir machen jetzt mit metz wir kriegen 50.000 mit wir machen jetzt mit metz wenn wir über 30 Leute kommen wenn jetzt über 30 Leute sind dann machen wir mit metz firefly vielleicht wenn man will jetzt und auch 8 7 8 7 mhm ja wenn du gewinnst dann kriegst du ja 25k 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 ja ne ich bin wieder mit euren krieg ich auf ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' 500k ich krieg' 100k nein ich auch was 8 7 8 7 oder dann krieg' wir ja auch 50k und du 50k und du 50k ok 50.000 soffend nicht ok mach' bereit ja wenn du zweimal gewinnst dann hast du wieder 100k vielleicht hat wieder einer den anderen Code drin als du ja und gleich äh gleich ja Koko ich hatte die ganze Zeit keine metzseger gefühlt weil ich den eingesplittet habe ja echt ich hab' auch die ganz keine metzseger ok ok mit was lässt du nach wieso willst du wieso wenn man das wissen keine Ahnung einfach um zu wissen du wirst nicht genau komm komm sag' hau raus digga ja ey hier kann ich zeigen an der Einstellung ja nachladen aufs 4 was man das echt braucht digga umso ever als ob er echt dich gefragt hat ey da sehe ich ja dass jemand den Chat rein spammt oh das ist ja nicht gut so oh hier komm' ich nur auf meinen alten klassischen Skin digga soo zack ich hab' auch keinen hässlichen Skin ach die scheiße ja Junge hab' ich früher mal gespielt digga mit Baron ja das mit den Fassern ist egal es sind noch neue Leute ja digga sind zwei mehr dazu gekommen digga ey äh wann wird zu starten in wieviel minuten warte bitte nicht wohl ähm zwei minuten noch dann geh' ich jetzt scheiße wenn ich während der Runde essen muss dann geh' ich schon mal dann geh' ich schon mal direkt Automanführer und setzt aus ja okay ich geh' kurz scheißen digga dann muss äh dann muss ich dich um deinen Chat kümmern hm da muss ich dann äh warum habt ihr mich die ganze Zeit verfolgt äh weil ich es besser finde wenn du stirbst weißt du nein Spaß ja weil wir dich gesehen haben digga was haben wir sonst machen hab mir mies angst gemacht hab mir gut gemacht ey 5 Leute fehlen digga ja entweder wir scha- äh es sind noch 5 am Start äh oder wir machen noch die letzte Aufwärmrunde und dann ist egal wie viel nix aufwärmrunde nix aufwärmrunde nix aufwärmrunde nix aufwärmrunde nix aufwärmrunde nix aufwärmrunde oder für das Gewinnerteam oder wenn jetzt keine 5 dazu kommen guck mal die haben die haben gar nicht so die haben sich die haben sich gar nicht so verkämt die sind einfach was ist Code Code ist 18 nach 7 oder gar nicht krass gesweatet so am Ende ja ich box mich da ein digga ich baue hol mir Heigorn wie so ein verrückter sonst immer mhm wenn halt Solo ja dann mach doch einfach aufhören Solo wirst du nicht gewinnen lass noch n'like auf den Stream da damit wir gerankt werden und mehr Leute mitmachen ich hoffe ich hab mal schon ein paar Abos zugemarsch habe soll ich nicht abgehoben klingen ich würde es wahrscheinlich wirklich sogar schaffen ey alle liken alle liken gestern hab ich mein eigenes Clan für weh gestern habe ich drei Runden ganz alleine drei kommende Hauptsträger und ich irgendwann alle cool noch so ich guck jetzt mal so und wegen morgen äh zinkermetz an jeden wer morgen zinkermetz an äh zinkermetz sich abholen will der geht auf den link abonniert dort wer die zinkermetz an jeden stream bei den Brohead auf dem Kanal link ist ähm im Chat also da werde ich 10 km an jeden stream das ist mein zweitkanal den äh da möchte ich auch ja da stream ich halt morgen dann drauf also wer äh wer halt pünktlich dabei sein will der aktiviert einfach dort die Glocke auf dem Brohead die Glocke auf dem Kanal die Glocke auf dem Kanal ja ja ne doch 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 ok 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 die Runde geht auf Autums äh Inventar die nächste geht auf mein Inventar die nächste also der der jetzt gewinnt der kriegt die Metzmann Autum persönlich bekommen also geliefert geliefert Digga du willst mich doch verarschen Digga wir machen dann Digga wir laden einfach die Leute an Digga warum machst du's denn so kur- nein Digga ich bin nirgends überlieferenten ich bin das auch gar kein die sollen bis in den Reinkommen wenn wir nicht gewinnen holt ich steh mal vor ich steh mal vor es gewinnen äh es gewinnen Leute zweimal oder dreimal ja man also manchen Leuten die Werte manchen Leuten werde ich das geben wen kannst du dir schon selbst beantworten Dominik ne doch mach Blackstream rein du bist bitte ich will mach Blackstream rein das ist die Werte ja wenn wir im Bus sind dann markiert ich das nicht er streamt es einfach nur dumm weil jetzt gehts um die Metz weil sonst kommt dieser heftige Händigkeit über äh der Gewaltigkeitskassier Junge der macht Schnitzel aus euch der kommt mit seinen japanischen Pornos an oh Dominik das ey hier ist unser alter Team-Maid doch die Kier hier dabei unser alter Team-Maid wo landen wir uns der Goku ist auch am Start oh der Ravis Autum hat sich am Bus fahren genannt der Name hört sich schon scheiße an deswegen ist er auch scheiße ich mach jetzt auch Schnauze Dominik wo landen wir warte warte ich muss Blackstream warte warte ok jetzt landen wir dann auch gar keinen Fall ich ja mach ich wir sind nur zu zweit ja ist ja nicht schlimm ihr könnt ja trotzdem gewinnen er hätte es ja auch auffüllen machen können einfach ja ich hab bei SGT Marcel mitgemacht ich war ich war sogar zweiter Platz alleine aber halt dieser Autum hier der ist direkt verreckt einfach Junge hier alter genau hier war halt hier war halt das Endgame Digga hier haben alle richtig reingeschwitzt und ich hab mich da vercampt einfach nein nein oh ne blow check let's go äh juh oh ich mach mir gleich die Spass ich spiel mal check aus am zweiter ey bei irgendein äh bei irgendein Custom Games haben wir doch Ben und äh wie heißt äh Ben und wen haben wir noch gekillt oder irgendwas ne nein erneut hieß diese spezielle Kiste CC Louis haben wir doch gewartet bis sie aus dem Wurst gesprungen sind und dann haben wir die gekillt ahja ey seit wann gibt es dir auch diese spezielle Kiste die die gibt es dann auch einmal ne ich hab mir geguckt 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 aber wie oft kriegst du denn ne Spass Alter ja Blackfin war wegen Spass ja da ist da ist doch ein Tüffler gewähmt kannst du ja auch ne Spass machen ne ich geh mal mit Tech bin mal gespannt wer als erstes sterben wird also nicht auf so 19 also ich hoffe also ich hoffe das ist Connor das schießt schon wieder ich bin ich oh oh vielleicht flucht der richtig naja ich hasse den alles oh nein tue ich eigentlich nicht ey Tox die Neppe muss ja dazu wissen ne wurde ja auf manchen Discourse gebrannt Digga nur weil ich schon glühe und uns Mess gekauft haben Digga nur weil wir uns Mess gekauft haben Digga und mein Bruder die verkauft Digga und deswegen werde ich anscheinend bestraftiger ja ich hab nix damit zu tun ich hab die gekauft damit ich ziehen kann mach ich auch ja ich hab's sonst ich hab genau aus dem gleichen Prinzip auch gekauft Digga und das kann auch Dominik wirst das weiter aber wir haben auch so einen eigenen Job antun denn dein Bruder hat doch einfach nur mitbestellt ich bin jetzt bei SGT extra so gesehen erstmal rausgegangen extra äh also wenn ich jetzt bei SGT als Partner abgelehnt werde dann werde ich dann wahrscheinlich wieder zurückgehen aber wenn ich hab den guten Wort eingelegt ich hab den guten Wort eingelegt Digga keiner Zeit Interesse an dem Punkt danke Dominik danke danke ja wenn man sich doch noch nicht einmal meldet meine leuchtende Schule wie meinst du ja man meldet sich doch wenig Junge höchstens kann können du kannst halt nicht mehr nachvollziehen glaube ich wenn viele Leute bei dir kaufen oder kannst du nicht mehr nachvollziehen oder man kann auch kurz einmal eine Nachricht senden ja man kann auch kurz einmal 4 Millionen an äh oder so schreiben oder so schreiben oder so schreiben äh die an die Entscheidung verkürzt äh verlängert sich noch oder so zögert sich halt hinaus hat jemand 3.000 Teile ich hab ja mit Ding sich geschrieben aber also die meisten bevor ich halt noch die Partner aussuchen die haben halt noch Probleme und so hat jemand 3.000 Teile die anderen Teile ja ich hab null und die anderen Teile oha sind wir schon die anderen Teile geworden bin schade ja bist du Junge Oha ey nicht alle auf dich kaputt machen müssen wir in die Tone kommen aus dem Blasko Robolt was du Robolt Blasko Robolt Blasko Robolt alter Blasko Robolt ja studiert ne Dominic studiert ja studiert einfach einfach Clash Royale studiert einfach Deutsch King Blasko Robolt Digger wer kennt auch den Blasko Robolt die Hohen Robolt wer gerne auch in den Blasko Robolt nie und ich will ich hab 3 Bs er gab er auch den Blasko Robolt kennt der Sonnenscheid er noch mal Minis Alter jetzt nehm ich noch mal Minis mit ey aber Digger ich koste im Game warte lass ich werden komm mal ja ich bekomm da noch ich krieg da nie Zuschauer ich geb den WG wenn du mir da äh den angeschlagenen Steak Minis Gigs das ich geb den WG da hat er dich da hat der dich da hat er dich da hätt ich hier noch einfach trinken und die hier nehmen ich kann auch einfach die hier nehmen und trinken ja ich kann auch einfach die ich kann auch einfach die hier nehmen ich kann auch einfach die ah die man eine Mechanik von euch die man eine Mechanik von euch ne hey hallo ich geb den WG äh lass mal in die Zone bitte hast du die WG hier haben Neun der Ton muss ich kann nicht weiter und Toxie was gut muss man sagen in der Klinik in der Klinik zu kommen Team Therese wie gut? das ist Team Therese wir haben hier ein wenig im Verbrechen nur Leute mit PR an auch halt hoch der hat 260 PR auf dem Makar auf dem Markt man muss über 100 PR haben ja ich hab über 200 PR darunter juckt's mir nicht wenn ihr wenn ihr akademie so sein wollen juckt's mir nicht so gut und wie weit kommt man mit 200 PR? 260? das sind die PR die dein Bruder sicher spielt halt nicht du du nicht alter ich hab auch nicht zu tun ich hab auch nicht zu tun also ich hab auch nicht zu tun also es hat auf jeden Fall gereicht um Kairo zu verarschen ich hab auch nie die Turniere mitgezockt natürlich Junge wir haben immer für Halbcup gespielt ja ja Halbcup nur wegen der Erinnerung ja Junge es hat sich gar nicht gelohnt ich aber warum haben wir das eigentlich gemacht wir hätten uns hier in der Runde auch in zwei Runden erspielen können oder eine Runde Solo als Hatzin Kills machen nee Junge du 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 wir haben ja auch nicht mal wir haben nicht einmal mehr als 350 PL wir haben nicht einmal mehr als 400 PL drei Leute sind schon gestorben ich will stehe aus einem Auto und fünf Mechanikteile das ist ein Luxussecker ich brauche nur noch ein hat ja ein Mechaniker na ich hab ja auch eben eins bekommen da war aber ich mir Spaß äh ich will mir die Skar machen jetzt noch ein Flopper äh Endgame ne Junge das hast du nicht verdient dir gern noch ein Skar zu machen Junge du hast ne Spaß ne Goldene und ne und dann noch ein Skar Junge habe ich jetzt komm mal wie ehrenlust ist Junge der Gönnt nicht mal Firefly ja Junge der hat Spaß und Goldene und Spaß und Pappkart an Tum wenn wir die Runde gewinnen ey ey Aja wenn wir die Runde gewinnen dann gibt es mir einfach äh gib mir aber morgen muss jetzt essen hier ich gebürt mein Lut Broe äh Broe äh ja gib ihm äh ich bin ein Glockmann Führer ne ja aber gib mir Glockmann Führer weil ich muss ich dann kicken ne man muss aber gucken wer gewonnen hat oder du musst auf Aussetzen gehen Digga oder Spam äh oder pinn den Link von deinem Simran äh bei mir damit die Leute äh weitermachen können Jungs ich geh jetzt kurz äh 20 Minuten essen und geh bei Automreiter das Turnier geht weiter auch die Runde hier nicht wundern also keine Angst haben ich geh jetzt nur essen Jo ich hab 6 Mechanikteile 7 Mechanikteile durch ein Auto Digga und er labert mir irgendetwas von 5 Mechanikteile aus einem Auto richtig öftig alter ja ok kicken mich einfach dann ne ja ok oder wenn du auf Aussetzen gehst dann kannst du ja vielleicht noch in der Lobby drinnen bleiben für sich dass es kann auch überkommt er so was lieblich dann kann Nenil ist er bleibt früher als ich mit Cefa gestimmt habe wo er von sich zu schorben weil ich einmal meinen da habe ich einmal den oder drei oder viermal den Link von Cefa also von seiner Ehe war auch in der Einrichtung von Cefa eingeschätzt ja auch die Runde Gäste über zwei Jahre weiter er kommt schon weiter gekommen dass es gut ist schon mal reingekommen Ich bring mich kurz in und dann mach die einfach. Mach aber so, dass du mir nicht zuguckst, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wie schnell gehst du essen wir haben gerade 20 minuten hat er doch gesagt ja nun wer hat er gewonnen so gesagt wie gewinn mit mir ich will die met haben das ist eben Köln es ist jetzt kommt die Runde von Glühwöhmchen er doch sie kann ich ja er hat ein bisschen noch eine Runde gewinnt habe keine Eier habe keine einmal die Läden vertreten Infanterie genau ich habe schon davon alles gut was aber ein grünes und blaues ich kann grünen schauen und Brüder ausdauern ich hab die Mitte war bald die Welt der Schreiber sein seit die los geht so aus ja ja warte ich muss kurz ja und dann sind auf einmal sechs leute rübergegangen die gucken ein leute ein jemanden zu der gerade auf ks essen geht ja deswegen habe ich ja gesagt ob die lost sind ja alle die gerade bei auto sind ihr könnt auch wieder zu blühen mit den kommentieren wenn ihr wollt hier klingt an von dir ja ich habe sogar schon sein dass ich sie aufrufe das ist der goku das ist der goku ja den müsst ihr holen ha 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 pickaxe ihn pickaxe ihn pickaxe ihn pickaxe ihn nein doch lass ihn pickaxe ihn und dann tanzt alle ja mal gucken das fragt ihn am meisten ab pfeife das Äpfel ach ne ich bin einfach genau über auto im Beilever der kann ich mich wiederholen der GHA ich bin komplett scheiße gerade aber ich habe mich wirklich gepumpt der ist hier wenn da ist noch einer da ist noch einer habe ich check ihn doch die gab ja ja er will davon direkt hinterher es kommt mir welche kommen noch welche das ist ein tier digga ich habe das Ding 2 Händstoff gegeben digga oh my god ich habe Bock wie 3 zu Partner sein mit team öfter dann können wir jetzt ein kreleres teams mit 3 hauen hätte Bock was zum Beispiel wenn wir bei SgtGT machen da können wir auch mal 20 oder 30 machen jetzt kommen wir direkt von mir auch hier kommen wir uns machen oh mein gott weil das auch verpässt du kackt hier tschüss muss halt schauen weil ich sie mit zwei kanälen aber ich war alleine gegen zwei leute ich will dass der broholt kanal aktiver wird ne der broholt auch man dieses kackt hier digga aber ja oh mein gott auch gar nichts in ruhe lassen digga es ist ein plopper da ist noch einer drinnen nimm den schwachst tot schade aber das ist der echte fähig digga er ist nicht der echte wo das ist der echte fähig das ist die jahr die sechs wagen ja die jahr die jahr sechs wagen das und wir sind max wir leben dann überhaupt noch aber auch nicht mehr viele ja mal richtig verlaufen für 100.000 m aber das ist sowieso nicht so schlimm ja ich meine das ist sowieso nicht so gut dass wir gespielt haben das ist alle Leute die ganze politik es hat nur wenn du willst du ausruhen das auch ein nach Prozent dieser Runde machen und dann einfach zu erde liebsten und sie kann ihn machen um oder macht einen reicherte du hast die erste Mauer immer die Nummer und dann machst du die noch mal weiter weil ich habe mich nicht genug mit für die Zelle noch neuner für den Account 1 wenn ich auch noch auf uns gehen der Widerduss von der 80 Platz hast oder auf dem Akkord oder ja insgesamt ja ein Klinger habe ich über meine Mäste haben ja dann liegt er auf Feierweihl noch 20 30 keine Ahnung und auch wenn man sehen kann es bestimmt war von den ganzen Mäste die pfeiler genommen haben waren noch von mir oder der ne feiert 40k oder 50 30k sonnen hat er auf jeden fall genommen und das habe ich auf jeden fall das weiß ich aber boy core war also ungefähr 20 ja was war das denn erstmal flip ja ich weiß dass es aber war ein richtiger flip so wieso ist er jetzt aus dem wurs ausgeschieden so aus dem mecke ist es halt nicht das ist ein trick das ist ein trick wenn man keinen fall schaden doch schon aber na trotzdem man macht es halt schlau ich meine natürliche fall schaden so ein ganzes team kurscht ich glaube der tibian busch stirbt ja also ich einmal zeigt dann ist das jetzt wieder auf das yoda backpack das da das lenkt auch voll ab also ich würde es abblicken ich würde an deren stelle durch den digger also da also deren leben und für 100 km so zu ding sich ein digger oh da kriegt einer voll spiel schaden ja goku doch sie darf mitmachen weil ich ihnen vor bevor wir angefangen haben zu schieben habe ich die gefahren ob ich zusammenschlägen wollen aha ich darf immer mit spielen ich bin krank den porten hat das heißt krepp der fortheit guck mal keiner macht das sind kann jeden das ist voll gut anbieten auch zu zeichnen so wie es ist ja warum können wir auch dann morgen noch sie machen ja du musst aber erst mal mit du bist einer kommt als alter reinkommen ich möchte aber meine 50.000 mit jahren die küssen noch aber dann würde ich nicht hat dann warte würde ich noch nicht so eine mit streamen jetzt naja was meinst du mit streamen ich würde wahrscheinlich mit euch streamen halt mit euch helfen ich würde euch helfen dabei ja würde ich machen platzhalter und so mit nahwand und so automatisch eine richtig heilsicherheitsbasis gebaut dass keiner scannen kann alles voll und fein sagt immer dabei man kann halt nicht mal sehen man kann halt nicht mal unsere skins sehen wenn die die märz kriegen werden dass er in den augen kommt wir haben durch die wir haben extra bei der wand so ding sich gepläst so um schallmauern und mit fenster also das auf dem kannst aber das sind halt scheinbar das heißt du weißt nicht wo die märz zum beispiel auf der rampe liegen so das war es für den makro oder so face brotkinos laden Luki Luki Luka Philippe Schanty sondern die Leute die was gewinnen wollen ist aber noch immer mich und glücklichen abonnieren alle machen wir nach der Runde machen wir nach der nach der Runde und Probe ergeben ja ja das letzte Runde da habe ich mir haben da und es sind auch nicht mehr so viele Jahre gemacht auf elf Leitungen und auch mit langen mit Augen mit bekommen jetzt bei mir ist ja in der reise war aber dann musst du auch wirklich streamen du musst auch so richtig so als wärst du so richtig hab dir ein YouTuber so ja ja ja, abonnieren und so was machen wir dann mit Discord? mach so wie ich immer, kommt der langweil machen wir mit Discord dann reden ey Dingens, SanjoLP hat doch über Toxys Kanal ein Video gemacht wirklich? Ja, Sanjo Sanjo? Was hat er dazu gesagt? der hat so über, wie heißt so geredet, so wie man am besten so Kanäle designt wie man am besten Videos macht ja, Dominik, ich sag der der Obdachloser ist Sanjo, ist ein Kollege von mir, kennt ihr den? ja, Sanjo ja, Sanjo hat sie mir gesagt, ich hab da los ich hab einen richtig witzigen Clip da von Sanjo wo der sagt, Auto muss Obdachlos Anto, ich muss den ja versuchen oh, stuch schneller ich mach aber leiser nicht, dass das übersteuert ja, übersteuern tut's doch wohl so oder so, oder? nein, ich hab den gelöscht oh Junge, du bist so lost pass nochmal, anderen Sound, der nice ist oh, mich dieses 90%, nicht das mit diesen 90% auf jeden Fall hat der so gesagt wer ist denn aufruhen und deinem Freund aufruhen muss auch aufruhen und deinem Freund aufruhen muss auch aufruhen achso, ne, ja, oder was mach ich meine, du Hurensohn! ich hab irgendwas ich hab was im Steam angewandt man hat's gehört einfach mach mal, mach mal Dingsig mach mal, ähm den Dingsig Sound da mach mal, ähm wie hieß das auch nochmal mit 70% oder so, dann 90% achso, ne, 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 ne mach das mal mach das mal soll mich einfach jetzt in die Welt krieren und die Runde füllen auch nicht? doch, ja, ich guck mir noch kurz die Runde zu Ende damit, der Gnüge muss ja auch 100, äh, muss ja auch 100k weniger machen ja, das muss ich eher sagen oh, Eisconners Team lebt noch Oh, Eisconners Team lebt noch es sind die richtige Fotzen, Weicheier und Lutscher 99% ok? und warum nur 90%? ja, weil, es gibt noch diesen 1% die sind so wie Firefly, die sind richtig gesparts die sind gesparts Rebirth, interessant glühwärmchen 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 warum nennt man sich auf glühwärmchen ich kenne nicht sogar von früher welcher mit einem skin mit welchen eines kinder sind immer vom knie bekommen hat als profilbild die lange oder pink oder den pink oder orange hose aber das ist ja nicht das alte trainiert hier oder so ja die kann nicht ich kann nicht sogar ja die fände ich auch ist mir auch so soll ich ehrlich sein ich kann auch nicht hat den meint du ja kenne ich nicht hat den heißt du kenn ich nicht muss man ihn kennen ich muss mal denken nein also der war ich habe mal früher gestimmt früher ja wo man mit buddies zusammen gestimmt luke der bald holz und noch sogar pech zu uns der kurs spielt von rdw mit und sieben seit uns dabei durch gesucht hast ja schon mal vor ja ja mit game up and a die parker nichts können wahrscheinlich stelle ich kann jeden ja doch mal der wirklich doch einmal kennst du den Röhrers Jajaja die Wendt als ob du dir wirklich immer als ob du dir für Streams Max Kauf bei NRDW-Shop ich habe auch ein Rösser mit sich dann habe ich schon mal bei kräftig gekauft ich habe noch nie was für den Markt gekauft nie nicht mal eine Sache nicht mal eine kennenzulernen das sehen so dass ich noch mal kassen ist warum macht es nicht kein Glück bei dem Glück nicht mehr der wird gepächt ja der wird ja immer gepächt Firefly die Firefly die Butterburner Junge der hat sich mal die Dieferschlüsse zu machen wo er weiß und weiß Marcel den neuen Jugendlichen Ey Jungs tötet euch mal wenn die Zolle zuhören die euch nicht getötet ist hab ich gar keine davon nicht mehr soll ich guck ihn an die ganze Zeit zu doch noch die ich weiß ja da gibt es weiß ich könnte da sind die ich wollte nur das hier ging ich weiß auch ich weiß auch nein das war der Reue hart das war der Reue hart bei den kann ich sogar auch kaufen aber ich krieg halt nicht die gleiche Preise ich höre ich irgendwann will ich auch mal kaufen wenn ich mir meine Facebook bekommen kaufen oder verkaufen kaufen ich kaufe ich mir eine Mio Match für streamen dann mach ich das ich will unbedingt mal 100.000 Metern jeden machen dann krieg ich wahrscheinlich über 100 Zuschauer ja bald wird aber das nicht mal was will anderes sein ich hab den nicht verlassen die wird gebangen dieser Renegade ey die sind Renegade ne Dominik da wurde ich ja gebangen so ja perfekt Digga Renegade kriegt keine Metz Digga der Anonym oh ne ich hab mir gar nicht bekommt man wieder 100 Mio ähm 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 der der feuren geld kriegt kein lennart fortheit das war das team von eis corner eiscon hat gewonnen jungs gleich gleich genau oder warte mal hat die schnauze hallo der typ ist kacke feiert er hat nichts gemacht aber es durch hätte sieben kielzenmachinen natürlich ein kill gehabt die anderen beiden auf auf anonym war das heißt ich dachte wir machen noch eine runde rdw anscheinend so meine kannst du mir nicht einfach schnell die vor allem war ein geben sonnen können doch andersherum machen könnte es doch hallo wie geht das dumm ich habe konzert mir nicht kurz die menschen Ja, scheiße, ich muss mein Impftrein bekommen. Ach, scheiß auf mein... Ja, doch, ich packe meine Pfeilen weg. Ich hab auch... Ja, komm, Dominik, wenn du mir die Sonnen gibst oder Boykorn, dann bekommst du von mir Metall und so weiter. Die werde ich wegwerpen. Habe ich... Nein, der hat mich nicht. Oder wie heißt? Wie heißt der überhaupt? Ich hab ihn auf Playstation, aber kein Epic. Halt. Ich hab ihn abgebrochen. Wer ich... Meist mich? Herr Leckthis? Ja, warte, ich kann, dann schon ich was mein Haus noch mal neu. Nein, 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 das hab ich nur gemerkt. haben hannah ich dachte es ja nicht neu ihr hört mich einfach nur kurz nicht er weiß ich mich abgestürzt man muss das sind ein bisschen mehr anstecken jungfall lief mal ja nach oben geht mal bitte ja trotzdem können wir nicht rein die müssen sowieso leften alle dachte ich mir doch so die die an alle die kriegen nicht warte kurz louis kann ich nie mit zehn minuten warum denn ok ja und was ist das ist mit dem kollegen da ist ich habe noch weiß konnte er geht auch nicht mein freund ist auch gewonnen naja aber der herrn herrn modus der dritte sieben geben muss sicherlich ja das ist aber egal wir haben gesagt und an den modus kann ich muss man hat geknüpft aber kriegen wir bei der 50 karl ernannt ja viel krass älken und raussuchen oder gibt ihr einfach so gegeben leckern und sind lecker und einer muss auf aussitzen gehen wenn abgehe mal kurz nun soll ich gehen auf aussitzen kann sich nicht wieder reinkommen kann man aussetzen machen wo wir das so ja gehe auf banner also da wurde dein namen siehst wenn er kriegst du einmal drauf und dann steht dort unten aussitzen kriegst du da drauf aussetzen ich kann ich dann auch an ja du kriegst auch gleich hin als bloß sonst kann ich schon zu drängen weil wir sind so viel die die anhandlung das kommt auch an was für das kommt darauf an was im moment ich glaube was gemacht lennart was eigentlich so goku kann der kriegt nichts auch mit beiden haben wir unser team aber auch nur nimm dir gern warum aber die wissen doch selbst machen eine stopp im aufwaffen wenn ihr wollt ich kann nicht waffen spenden wenn man Tafone ist ich will so machen es wird oder hat sie geht erst mal auf doch das ist ja noch nicht doch das ist noch nicht ich will trotzdem der gleiche kann wir die Prozent Verlösung das sind alles Modell Wochen bei mir er wird hat er hat nur noch eine schöne Beobacht hast du doch annehmen wenn ich jetzt vorgegeben so nimmt das ja mal das mordwaffen wenn ihr wollt ja komm komm her dann sprecher toxik komm her du musst gehen wenn der reichort dann kriegst du was du komm rein toxi nicht so der fans team beendet ja natürlich es gab doch ein extra weg du idiot musste aussetzen natürlich kommt anders aus bahnbox raus doch wenn du zum lager läuft 50k sonnen weiß nicht ich glaube ich weiß nicht nur 50k ich habe den anderen so hat ich schade dass die anderen aussetzen gemacht haben ja dann muss die glücklichen fragen gibt ihr den anderen gibt als kann man man sieht die du bist so warum hast du verdient auf kamst du hast ihn zu töten lassen ja hier habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr müsst ihr ist natürlich du dummer idiot am fenster kannst du auf editieren was kannst du eigentlich ja nein am fenster hättest du auch identifizieren können du vogel wenn man stopt lass mal kurz liegen wirklich junge du brauchst einfach alles ab also wenn ihr wollt wieder verwertet doch einfach zu sagen ja man muss kurz das job die war zu tief an die konnte haben ich weiß ja gut kommen wir machen hätte ja die ja alle weggeworfen junge da musste ich doch aber gut kommt ja gleich rein und dann gibt mir dann wieder ein paar sachen auch hier ist und könnte wieder nehmen ja okay gut warum ist das warum ist der boden hier kaputt ist der boden bei euch kaputt hier oh nein ja junge ich bin nicht behindert ich bin so ein sonnengeil alter doch das waren 7k digga das war seit 9k und er war seit 8k aber Jungs ey Conor sind durchgegangen er war ich doch gerade in der Tat und ich habe die Welt ab dem Weg geht erst mal ich bin ein Kollege da wird es noch ein bisschen gegenseitig ich soll es jetzt reinkommen wenn du auch mal ja ich möchte auch schon mal sein jetzt muss ich mich auch nicht abwenden dort nicht ob ich auch einer von dir das auch von der grunde das auch von der runde macht die gleich noch mal der lennart fordert von deiner runde eiskörner ehrenmann die sind auch die größten ehrenmänner youtuber erstmal alle und wenn wir nicht rein in die rampe gibt ihn woanders die metz weil ich möchte schon was shoppen warum heißt du Auto auf jeden Fall es wird noch mal auch schon nennen dann kann ich sich erwarten der Autor auch ein Schnauze mit sich auswächtet werden wir da was sagen Schnauze 1 mit abziehen ja was hast du und jetzt nein ich tue sondern brauche wie viele rucksäpfe ich hab's gesammelt. Das spende ich euch alles. Uff. Brauch Schrauben. Nö, da kommt nicht. Du gehst nicht verschrauben mit. Ja, da bin ich jetzt schon mal live, ne? Ich hab' kein Bock, keine Bock zu warten, Digga. Kann ich nochmal mitmachen? Nein. Schwarz. Von die man nachher schrauben. Ganz einfach. Die schrauben. Ä, tien. Wer auf? Leckale, leckale. Leckaler, schrauben, Digga. Oh, schrauben... machen wir zehn km oder welche machen wir ja aber hätte ja was und sonst ich gebe nicht noch mal in mir gleich noch mal der ersten der bachstabend hat egal ob er hat lecker ein erster schenken ja noch immer was gesagt dass die krebs fliehen der gar der größten ehrenmänner was ich noch nicht und in zwei Jahren ein Mann auch noch ein Konrad okay hier bei dem Monat zu gewinnen der Spenden dann machen wir es mal leichter und ich mache ich und ich gewinne noch mal aber du wirst auch was geben an Metz-Junge und nur 17 Kader bis zu der bisher ärmersten ohne Katzschau heute noch in Deutschland ja ich werde nicht immer nur zu werden er kann nur zum Video gemacht und er darf und er kann er auch 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 erst mal gleich alle Metz-Klein-Youtuber-Spenden nur ist ja noch mein erfahrnehm vom Dritter-Account da habe ich noch 50 Platz da kann ich die Sachen mitnehmen ich komme gleich noch mal an ich heiße Firefly unterstrich einfach ruhig Firefly unterstrich und dann so ein Smiley mit Strichen habe ich nicht bekommen ich habe doch geschickt ne scheiße wie viel Platz habt ihr gerade als Korners großzügige Spende ach so ok Staubsauger-Junge und er sagt zu mir ich geier digga auto.m ja? das ist doch dein Name ich habe direkt Nachrichten warum wird mir das nicht angezeigt? ähhhh moin Wunderkehrem wie soll ich dir eine schicken auf den Account? moin Serpent King ja siehst du mach mal einen anderen neuen David boah ich habe ihnen nochmal eine geschickt Junge was will er denn von mir? also wenn das jetzt nicht gehen ist der Punkt die hat er doch auch seinen Account Digga jetzt fuck mich nicht ab Digga man Firefly weniger im Gehirn als ne fucking Erbse Digga wirklich Digga nur 50k nicht mehr und den Rest soll er mir heute wieder bringen für welche Wessen machst du? Brightcore und Sonne mache ich Digga wirklich Digga Firefly Digga was ist mit dir passiert Digga? er ist noch nicht geistig eingeschränkt Digga er ist in der achten Klasse Digga er kann doch wohl wissen Digga wie viele Metzer hat ja also gar nichts Digga das ist schon nicht so schwer oder wenn er jetzt unbedingt um so mehr 30k Sonne und ungefähr 20k Volt ja fast oder so gar nichts nein sagt ihm gesagt er soll erstmal sagen viel ist es auch nee ja du soll das behalten bist sie ist doch 50 oder bin ich blöde? cold ja na nen n we ne n we aber k mit jetzt hast du die vierten schien mit das wasser auf dem account genommen hast du alle mit Prozent genommen ja auf dem jetzigen account hast du mit voll oder nicht dann mach ich lieber erst mal im Moment keine Ahnung was kann oh du kriegst Modbettel, Null kriegst du nicht auch ich würde zuerst den Weg reinstecken handelt überhaupt also welchen nicht ich kann noch jetzt kann es immer noch mal da kann ich auch noch mal mit abholen und nach warum mache ich dann ist es mit der abmoderation kann sogar nicht